Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, das machen wir. ApoRed erklärt seine Steuertricks hier mit dem fetten iPad. Bisschen noch, paar Videos noch, Christian, und dann ist es wirklich schon bei der Hälfte. Inselmodus bald zum Ende. Eins muss ich YouTuber ApoRed wirklich lassen. Er ist ein verdammt schlauer Fug. Ich möchte nämlich auch so viel zu dem Video sagen. Denn wie aus dem Nichts meldete er sich mit einer Schuldenbeichte zurück auf die Landschaft von YouTube Deutschland, nur um danach zu sagen, nee, ich habe doch keine 3,6 Millionen Euro Steuerschulden, war alles nur ein Prank. Und jetzt ein Video rauszubringen mit dem Titel Die komplette Wahrheit, jetzt aber wirklich kein Prank mehr. Und da liegt er sehr genau mit Beweisen da, wie rich er eigentlich ist. Und ich möchte so viel dazu sagen, weil ganz kurz, ganz kurz vorweg, ich habe das Video nicht gesehen in meiner Recherche zu dem anderen Video, sonst hätten wir es vielleicht im Stream angeschaut. Aber das Ding bei dem Video ist, er sagt, yo, ich habe in Deutschland keine Steuern gezahlt oder kaum Steuern gezahlt, weil ich aufgewacht bin und es meine Zeit ist. Weil er hat Einkommens, du zahlst hier Einkommenssteuer, okay? Wenn ich in Österreich mein Geld, mein Cashmash hier verdiene, jetzt im Dezember ist es vielleicht ein bisschen besser, weil CPM höher ist, muss ich ungefähr die Hälfte ans Finanzamt abdrücken. Er allerdings hat gesagt, nein, er macht das nicht, weil er nimmt das Geld, was eigentlich Einkommen ist und investiert das gleich wieder in Firmen. Und währenddessen geht er ins Ausland und bezieht dann quasi Geld von diesen Firmen. Ich frage mich allerdings, ob das so möglich ist, ob das so möglich ist, weil ich habe da ein paar Bedenken. Wieso das alles ziemlich schlau ist, was er steuerlich da so veranstaltet hat. Wir haben uns das Video, was gestern online gegangen ist, natürlich mal sehr genau angeschaut. Und wir haben das nicht alleine getan, sondern ich habe mir einen ausgewiesenen Steuerexperten, nämlich den Christian Gebhardt von steuerberaten.de, an die Hand genommen und haben uns mal angeschaut, ob das jetzt alles sein kann, was denn jetzt als die komplette Wahrheit gilt. Ja, also, by the way, ich glaube auch nicht, dass es die komplette Wahrheit ist. Ich glaube, ApoRed hat von vorne bis hinten gelogen, aber trotzdem, also wir gehen von dem Szenario aus, dass er sich ausgedacht hat. Wäre das so umsetzbar? Und ich sage euch auch schon jetzt, da werdet ihr schmunzeln und, naja, vielleicht werden wir die ein oder andere Lüge enttarnen und wenn uns das gelingt, dann bekommen wir 20.000 Euro und ihr bekommt auch 20.000 Euro, denn das ist genau der Betrag, den ApoRed ausgeschrieben hat, für jeden, der ihn der Lüge überführt. Was, by the way, auch so ein Blödsinn ist, also, ja, ja, haben mir auch ein paar geschrieben, so, ja, ApoRed hat 20 Mille gewettet und sowas. Bruder, ApoRed hat gesagt, er löscht seinen Kanal, wenn er gegen Carina Pusch, ich will die ganze Punsch sagen, weil es Weihnachtszeit ist, wenn er gegen Carina Pusch den Gerichtsprozess verliert. Naja, hat er verloren und einen Tag später Video hochgeladen. Es wird interessant. Na, Mille im Sinne von 20k. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich zum Thema ApoRed up-to-date bleiben wollt. Denn die Vermögenslage von ApoRed, die ändert sich aktuell schneller als das Wetter in den Tropen. Und vielleicht nochmal zum Verstehen angefangen hat er alles mit dem Insie-Modus. Dann kam schon vor einigen Monaten oder Jahren irgendwann raus, ja, er ist doch nicht so rich, wie er immer getan hat, sondern eben im Insolvenz-Modus. Aber er sagt, ja, Insie-Modus war geflüchtet, aber wirklich, ich bin doch noch rich. Dann kam der Prank mit seinem Kumpel Leon Machère. Er hat gesagt, er hat 3,6 Millionen Schulden beim Finanzamt. Ich hatte da schon im Nachgang angezweifelt, öh, so viele Schulden, da muss man ja vorher erst mal 7 Millionen mindestens an Gewinnen gemacht haben, wird also schwierig. Und es wurde dann viel gerätselt. Er hat aufgeklärt, nee, war eben nur ein Prank. Und jetzt waren alle völlig lost und sagten sich, wie viele Knete hat er denn wirklich? Ja, und das hat er jetzt gestern aufgedeckt. Also richtig reinen Tisch gemacht. Das aber wirklich ist der Betrag, den... Okay, ganz kurz, ganz kurz. Ich muss dir mal ganz kurz was nachschauen. Äh, Türkei, Einkommensteuer. Steuersatz abhängig von dem individuellen Einkommen zwischen 15 und 35 Prozent. Okay, also in dem Fall, individuelles Einkommen wären 35 Prozent. Apo, R.I.D., der Allerechte, hat nämlich gesagt, er chillt nicht länger als 6 Monate in Deutschland, sondern er chillt auf Dubi und in Isti. Na, also in Istanbul wären 35 Prozent, wäre dort sein Lebensmittel... Pass auf, vielleicht wisst ihr das nicht, aber der Einkommensteuer ist das, was du grundsätzlich zahlst, wenn du einfach Geld bekommst. Scheißegal wie, du bekommst Geld entweder, also du bekommst Geld aus deiner Selbstständigkeit oder von deiner Firma oder was auch immer. Das landet auf deinem Konto und das gehört dir. Das ist dein Einkommen. So, und davon musst du Steuern zahlen. Äh, hier in Österreich ist es, in Österreich ist es, glaube ich, bis zu 55 Prozent, was komplett geistesgronk ist. Und eben hier in Isti 35 Prozent. Es geht jetzt halt darum, wo erstens sein Lebensmittelpunkt ist. Wo sein Lebensmittelpunkt ist, weil ihr wisst es vielleicht nicht, aber, äh, dein Lebensmittelpunkt... Es geht darum, Lebensmittelpunkt, wenn du in Deutschland wohnst und auswanderst für, sagen wir, sechs Monate. Und dann wieder zurückkommst, dann könnte Deutschland jetzt sagen, naja, das war aber eher sowas wie ein Ausflug, aber du hast dein ganzes Leben lang hier gelebt und du bist jetzt gleich wieder zurückgekommen. Das hier ist immer noch dein Lebensmittelpunkt. Wir hätten ganz gerne Steuern. Weißt du, was ich meine? Äh, deswegen musst du halt immer aufpassen, wenn er jetzt sagt, ja, er chillt in Istanbul und in, äh, und in Dubi und dann noch sechs Monate in Deutschland, dann weiß ich halt nicht, wie grenzwertig das nicht ist, ob da nicht Deutschland sagt, naja, du bist ja trotzdem fast die ganze Zeit hier, äh, plus, äh, auch noch ganz wichtig, sorry, wir schauen, wir schauen noch gleich weiter, plus, ähm, du ist mein Lebensmittelpunkt nicht dort, wo ich hauptgemeldet bin, äh, kannst du, äh, also solltest du so denken, aber ist nicht so, zum Beispiel auch, wenn du verheiratet bist, und das ist nämlich ein wichtiger Call, wenn du verheiratet bist, dann kannst du sogar das Land verlassen und trotzdem ist dein Lebensmittelpunkt immer noch dort, wo deine Frau wohnt, weil du hast ja eheliche, ähm, Pflichten, äh, also bist ehelichen Pflichten schuldig, wie jetzt zum Beispiel, dass du eine Wohnung zur Verfügung stellst, oder vielleicht hast du auch ein Kind, was du versorgen musst, und so weiter und so fort, äh, und da ist das halt immer sehr schwierig, sehr schwierig, wie ich habe. Na klar, man weiß nicht immer genau, was. Ich bin jetzt seit acht Jahren verheiratet und chill seit neun Jahren, äh, in, äh, Grönland. Was man ihm glauben soll, aber das, was er gestern rausgehauen hat, naja, müssen wir uns zumindest zusammen mit euch anschauen. Er will ja jetzt die volle Wahrheit sagen, das unterstreicht er schon zu Beginn, also. Und ganz kurz, äh, wo ist der Lebensmittelpunkt, wenn man täglich über die Grenze geht, äh, schwierig zu sagen, aber es kann tatsächlich passieren, dass mehrere Länder sagen, dass der Lebensmittelpunkt in ihrem Land ist und dann musst du anteilig an die Länder Steuern zahlen. Also es kann tatsächlich sein, dass du in zwei verschiedenen Ländern zwei verschiedene Steuererklärungen abgeben musst. So, äh, das wollen wir hier mal reinschauen. Oder in drei. Und gucken mal, was denn die volle Wahrheit ist. Also erstmal reinschauen, was er hier als volle Wahrheit sieht. Und ich hab mir jetzt gedacht, komm, bevor jetzt wieder irgendein Kanisterkopf oder irgendein Goofy jetzt kommt und sagt, ja, das ist jetzt irgendwie gelogen wieder hier, hab ich mir ganz einfach gedacht, da kann jeder von diesen Streamern kommen und sagen, ey, da hat Red safe gelogen und kann 20 Mille drauf wetten. Das heißt... Also 20 Mille für jeden, wenn ihr was findet, wo Red gelogen hat. Zu dem Punkt, den ich erwähnen werde, er kann jetzt sagen, nee, das stimmt nicht. Und dann kann er 20 Mille, wie gesagt, 20 Mille drauf wetten. Ich mach jetzt nicht, ich mach jetzt nicht den Gag, zu gucken, was ist eine Auslobung und kann er sich darauf festnageln lassen. Na, komm. Also überprüfen mit einem Experten Blaboo. Und wenn ich recht habe, krieg ich die 20 Mille. Wenn ich gelogen hab, 20 Mille, no problem. Okay. Okay, das ist sicherlich kein guter Deal. Das kann ich euch an dieser Stelle auch schon sagen. Jetzt müssen wir mal überlegen. Entweder er ist rich, ja, dann müsst ihr ihm 20 Mille zahlen und er wird noch richer. Oder er ist pleite, dann muss er euch 20 Mille zahlen, aber woher? Also kein guter Deal. Ich denke, die Auslobung hier, die geht sowieso ins Leere. Er will nur noch mehr Schulden machen, damit er weniger Geld ans Finanzamt zahlen muss. Sondern gleich, also er will das nicht in den Staat. Lächelt dabei in der, ihm innewunden, sympathischen Art. Und ja, da muss man wohl sagen, auf den Deal würde ich mich nicht einlassen. Denn da kann man ja nur verlieren. Da dann lieber hier mal vorbeischauen. Wir vertreten euch in Sachen Facebook-Daten-Lag. Bist du von Dies Nuts Datenleak betroffen? Da könnt ihr nicht mitdenken es jetzt viele. Ich bin noch irgendwo schon noch der große Multimillionär, der alle hinters Licht geführt hat. Und ich habe es wieder hier angesehen und dachte so, oh, ganz schön krasses Steuerrecht, was er da hat. Deswegen habe ich mir meinen Steuerberater mit dazu geholt. Und Christian Geber, sondern es ist kein geringerer als auch der Gründer von steuerberaten.de. Also wer, wenn nicht er? Und ganz kurz, eine Sache ist mir auch noch aufgefallen. Er hat nämlich gesagt, ja, hier Einkommensteuer und so, es fällt nämlich nicht auf mich zurück. Weil ich, und das möchte ich mir vom Christian erklären lassen, weil ich investiere all mein Einkommen gleich wieder in eine Firma, chille dann im Ausland. Sagen wir, er hat den Lebensmittelpunkt verlagert und beziehe dann mein Geld aus dieser deutschen Firma. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach so funktioniert. Aber ich weiß es nicht. Soll in der Lage sein, Apo Reds Statements steuerrechtlich mal unter die Lupe zu nehmen. Ich glaube, dass der deutsche Staat irgendwie so, irgend so eine Klausel da dran gebunden hätte, wo er sagt, ey, deine Firma oder der Wirtschaftsraum ist in Deutschland. Und deswegen musst du in Deutschland auch Steuern zahlen. Und dann, er hat Apo Red ganz schön aufs Kreuz gelegt, den Allerechten. Und schauen wir mal, ob jetzt Apo Red ein Steuersünder ist oder einfach schlauer als wir alle. Und naja, er gibt erstmal schon direkt zu Beginn eine ziemlich gute Aufstellung dazu, woher jetzt das ganze Geld kommt, wie das mit den Steuerschulden funktioniert. Und das wollen wir uns an dieser Stelle einmal anschauen. Da gucken wir mal rein. Das Finanzamt hat einfach eine Prüfung gemacht. Für die Leute, die nicht verstehen, weil ihr wisst, das wird in den Schulen nicht beigebracht, ich erkläre euch, was eine Prüfung ist, okay? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe viele Gewerbe in Deutschland angemeldet gehabt und ich habe auch viele geschlossen. Und wo ich sie dann geschlossen habe, irgendwann kam das Finanzamt und hat dann eine betriebswirtschaftliche Prüfung gemacht. Das heißt, die kommen mit der Lupe und schauen sich den Hasen genauer an, ganz sneaky miki, und versuchen nochmal alles rauszuholen, was geht. Finde ich super, die haben sich den Hasen angeschaut, sneaky miki. Also, wir halten mal fest an dieser Stelle, es gab eine Steuerprüfung, Wirtschaftsprüfung. Ist eigentlich ganz easy. Bei mir ist es zum Beispiel so, falls es euch interessiert, als YouTuber habe ich Eingangsrechnungen von Google. Du kannst entweder eine Rechnung an Google schreiben, aber die auch gar nicht erst absenden, das hört sich ultra dämlich an, aber Google, dort bekomme ich meinen AdSense, meine YouTube-Einnahmen. Das bedeutet, ich kriege jetzt von Google aus Irland überwiesen 100 Millionen Euro, weil Dezember CPM ist super. Und schreibe denen entweder eine Rechnung oder habe halt so einen Zahlungsbeleg. Ich kriege mein Geld von, zum Beispiel von PayPal, durch die Twitch-Donations. Ich kriege mein Geld von Twitch auch. Und da habe ich diese ganzen Quellen und habe dann für jede einzelne Zahlung, die jemals reingekommen ist, einen Beleg, speichere mir das alles ab in einem Ordner. Und wenn ich jetzt eine Steuerprüfung hätte, genauso mit den Ausgangsrechnungen, ich gehe zum Mediamarkt und kaufe mir einen neuen PC und zack. Dann kommt das Finanzamt her, checkt nochmal all diese Rechnungen durch, checkt, okay, alignt sich das mit den Ausgaben aus meinem Geschäftskonto und mit den Einnahmen? Und wenn nicht, wo ist der Hase, wo ist der Hund begraben? Aber wenn du da alles cleani-mini abwickelst, dann kann dir eigentlich eh nichts passieren. Erstmal so, ich sehe gerade jetzt Platz 1 in den Trends hier unten sogar. Ja, hat er ja gut gemacht. Dann gucken wir es mal an. Und dann hat Sneaky Micky das Finanzamt dann mal eine Rechnung aufgestellt, wie es denn um den guten RERED so steht. In dem Dokument sieht man auch genau diese verrückten Schätzungen. Zum Beispiel steht hier, dass ich an zwei Gangtonen teilgenommen habe und jeweils 60K bekommen habe, wobei ich nur in einer mitgemacht habe. Da steht auch, dass ich durch YouTube jedes Jahr ungefähr 160K gemacht habe, also 2015, 16 und 17. Durch Instagram habe ich angeblich fast 220.000 pro Jahr gemacht, was verrückt ist und sehr realitätsfern. Dazu gibt es noch pro Jahr ein... Es ist so süß, weil er... Sorry, ich muss lachen, weil die denken sich, die zahlen ja nicht aus. Aber okay, wir gucken mal weiter. Unsicherheitszuschlag, also diese ganze Schätzung, absolut unlogisch. Das heißt... Ach so, die haben das zuerst geschätzt? Unlogisch, weil alles nur geschätzt worden ist. Das kann ja gar nicht sein, du gibst es ja an. Du machst ja eben deine Umsatzsteuervormeldungen. Und das wollte ich genauer wissen, von keinem Geringeren als Christian Gebhardt. Und Christian hat jetzt gesagt, ist das komplett unlogisch, dass das Finanzamt mal was schätzt? Oder wie ist da die Sachlage? Gucken wir mal rein. Also das ist definitiv ein Bericht von einer Betriebsprüfung von einem deutschen Finanzamt. Normalerweise laufen diese Betriebsprüfungen bei Selbstständigen ja so ab. Das Finanzamt schaut sich die Wuff... Also erst mal soweit, das Ding ist schon mal echt. Also ApoRed hat nicht gelogen, ist eine Betriebsprüfung. Hat er bekommen, okay, schon mal nicht schlecht. Unterlagen ab, an, hinterfragt vielleicht hier und da noch mal einen Beleg. Zeig mal dein Fadenbuch, zeig mal den Beleg. Warst du da wirklich mit der und der Person essen, was du behauptet hast, ja? Und essen war der bestimmt häufig ApoRed, ja? Aber hier kann man echt sagen, das Finanzamt ist völlig eskaliert. Die ganzen Einnahmen, die da unterstellt werden, die sind tatsächlich hinzugeschätzt. Für das meiste hat das Finanzamt keinen Nachweis und das wird... Nein, der ist nicht AI generiert. In dem Bericht auch deutlich. Okay, das ist doch mal eine Aussage. Sprich, Christian hat sich das Ganze angeschaut und gesagt, das sind alles nur Schätzungen. Dann könnte ja ApoRed doch wieder Recht haben und die haben sich völlig verschätzt. Aber warum müssen die überhaupt schätzen? Normalerweise kann man sich in solchen Fällen echt gut mit dem Finanzamt verständigen. Man muss halt mit dem Prüfer argumentieren und darlegen, warum seine Auffassung oder seine Unterstellung, dass man hier Einnahmen gemacht hat, völlig falsch sind. So wie das für mich hier wirkt, hat der YouTuber das einfach nicht gemacht und überhaupt nicht auf das Finanzamt reagiert. Und vor allen Dingen muss ich sagen, er wird ihm auch vorher gar keine Zahlen in dem Finanzamt gemeldet haben. Das ist ja auch schon ein Problem und dann passiert genau sowas. Dann wird man nämlich nur geschätzt. Das ist natürlich ein großer Fehler. Normalerweise arbeitet man hier mit einem Steuerberater zusammen, der das dann alles für einen regelt. Ein weiteres Problem scheint ja hier zu sein, dass das Finanzamt den Schriftverkehr dann an eine Adresse geschickt hat, die überhaupt nicht mehr aktuell ist. Aber auch hier kann man sich natürlich die Frage stellen, warum hat er denn dem Finanzamt nicht Bescheid gesagt, dass er an der Adresse nicht mehr zu finden ist? Das kann man zum Beispiel einerseits beim Einwohnermeldeamt machen. Ja, ich dachte, das ist verpflichtend. Natürlich ist es verpflichtend. Ich kriege auch meine Briefe hierher. Beziehungsweise mein Steuerberater kriegt die vom Finanzamt und ich kriege die von der Sozialversicherung. Oder natürlich auch beim Finanzamt, dass man dort Bescheid gibt, dass man da nicht mehr wohnt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das beim schlauen Fuchs passieren konnte. Dass da dieser Kardinalfehler nicht abgemeldet passiert. Vor allem ist das auch geil, wenn dann der neue Dude, der in deine Wohnung einzieht, der kriegt dann einen Brief, wird ihn im besten Fall nicht aufmachen, weil er sieht, jo, der ist nicht für mich. Aber wenn er denkt, naja, keine Ahnung, oder er schaut nicht gescheit, dann macht er den Brief einfach auf, jo, Sie haben übrigens drei Millionen, schulden Sie uns? Oder was auch immer dann da drinnen steht. Strategie scheint ja jetzt zu sein, dass er gegenüber dem Finanzamt behauptet, der Brief wäre niemals angekommen. Und das kann natürlich... Da muss selbst Christian Gewart schmunzeln. Funktionieren ist aber andererseits schon auch irgendwie auf wackeligen Füßen, gerade wenn dem Finanzamt bisher nur diese Adresse bekannt war. Also das ist echt ein heißer Reifen, ob das am Ende funktionieren wird. Letztendlich... Da gibt es bei uns in Österreich dafür das FinanzOnline. Ich weiß nicht, ob es sowas bei euch auch gibt. Und ich musste mich verpflichten, das FinanzOnline regelmäßig zu checken, weil... Soll ich bei der OE mal wieder machen? Weil, wenn die mir einen Brief schicken oder wenn die mir eine Nachricht auf FinanzOnline schicken, dann ist es quasi die gleiche Wertung. Irgendwas digital? Hier niemals? Naja, das ist ja auch das Einzige, was es in Österreich gibt. Kann man sagen, dass das jetzt sogar... Also Steuererklärung und sowas musst du immer noch auf Papier machen, aber halt. Wenn sie dir da eine Nachricht schicken, dann ist es so, wie wenn sie dir auf WhatsApp schreiben. Du musst... Es ist dann... Ah, ich habe es zur Kenntnis genommen. Ein Insolvenzverfahren gemündet ist, ist einfach mal richtig Panne. Normalerweise hast du ja echt viele Möglichkeiten, dich gegen so eine Zahlung noch zu wehren. Da kommen ja Mahnungen, da kommen Kontopfändungen. Also du kriegst das normalerweise schon mit, wenn das Finanzamt so viel Kohle von dir haben will. Und da hast du echt viele Möglichkeiten. Du kannst zum Finanzgericht gehen. Du kannst die Aussetzung der Vollziehung beantragen. Also ganz ehrlich, das hätte eigentlich nicht so weit kommen müssen. Oh, siehst du mal. ApoRed hätte besser mal bei Christian Geber vorher angeklopft und gesagt, hey, sag mal, muss das sein, der Insi-Modus? Es hätte nicht sein müssen. Wow, wenn du mich fragst, klingt das echt nach einer gewagten Strategie. Du kannst natürlich deine Einnahmen reinvestieren und wenn du dann... Also da ist es tatsächlich so, dass da schon mal gesagt wird, dass ApoRed hier tatsächlich einen Riesenfehler gemacht hat, weil er sich viel zu spät gewehrt hat. Er hat überhaupt hier nichts gemeldet, hat sich auch nicht zurückgemeldet und, und, und. Also das ist sicherlich schon ein Riesenkardinalfehler gewesen, den Christian Gebert hier gesehen hat. Ich setze genau auf solche Leute. Ich bin jemand, ich habe Angst vor dem Finanzamt, obviously. Also Angst. Ich habe Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Aber ich glaube, so Leute wie ich, die haben dann auch in den meisten Fällen keine Probleme. Weil es gibt immer Leute, die sagen, ah komm, scheiß drauf. Ah komm, ich mache das später. Ah komm, Dings. Ich bin auch leicht, weißt du, nicht immer 100% pünktlich. Also meistens, wenn ich etwas abgeben muss, dann ist es so an dem Tag, wo ich es abzugeben habe. Aber das ist dann auch kein Problem. Also die lassen ja auch mit sich reden. Aber ja. Und da hätte man ihn schon vor dem Insi-Modus bewahren können. Aber hätte uns natürlich auch sehr viel Freude und viele Videos erspart. Deswegen vielleicht auch ganz gut, dass es nicht so gelaufen ist. Wir gucken uns die weitere komplette Wahrheit an. Hier geht ApoRed darauf ein und nennt konkrete Zahlen. Der Hauptgrund, warum ich grundsätzlich wenig Steuern in Deutschland gezahlt habe, ist, weil ich halt immer mein Geld investiert habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel Geld von meinem YouTube genommen. Und wenn ich jetzt 100.000 Euro oder 200.000 Euro Gewinn hatte in einem Jahr, habe ich das Geld genommen und in Klamotten investiert. Das heißt, ich habe dieses eine und einzelne. Generell ja clever, nur Klamotten ausgerechnet. Ja, muss ich mir mal anschauen, warum das ein gutes Investment ist. Ja, er meint, er hat Klamotten produziert. Er hat Klamotten geöffnet mit den Klamotten und konnte das Geld rüberswipen und das da ausgeben am Ende des Jahres. Und habe dann dementsprechend weniger Gewinn und habe dann weniger Steuern gezahlt. Also da muss man erstmal, da wird einem schon ein bisschen schwindelig, muss man sagen. Stimmt. Pass auf. Jetzt kommt nämlich das Ding. Jetzt kommt nämlich das Ding, Alter. Ich bin jetzt der Christian Solmecke. Wenn du ein zweites Gewerbe aufmachst, in Deutschland zum Beispiel oder in Österreich und du investierst all den Geld da rein, angenommen der Move würde funktionieren, ja jetzt ist es schon zu spät, Tobias. Angenommen der Move würde funktionieren, dann würdest du ein Unternehmen trotzdem, also ein zweites Gewerbe haben, das einen hohen Wert hat. Weil da stecken jetzt, keine Ahnung, 300.000 Euro nur in Klamotten drinnen. Also das hat einen Wert. Wenn du jetzt umziehst, wenn du jetzt wegziehst von Deutschland, dann gibt es die sogenannte Wegzugsbesteuerung. Das ist tatsächlich kein Spaß, das gibt es wirklich. Das ist zum Beispiel, wenn du, hattest mein WhatsApp vor zwei Stunden, ich bin die ganze Zeit online, meine Güte. Es ist, wenn du zum Beispiel eine Firma in Deutschland aufmachst und du möchtest den Firmensitz verlegen, nach zum Beispiel, keine Ahnung, Malta, so, dann bezahlst du eine Steuer auf den theoretischen Verkauf deiner Firma, weil Deutschland oder Österreich davon ausgeht, yo, du verlegst dein Unternehmen ja nur, weil du diese Firma verkaufen möchtest. Und davon wollen wir eben unseren Fair Share haben. Es ist komplett wahnsinnig, was es alles für Steuern gibt, aber ich denke mir, da muss doch irgendwas greifen, irgendwas muss doch greifen, sodass der Plan nicht aufgeht. Wie das ist, also er hat irgendwie zweites Unternehmen und hat dann... Sonst mache ich das auch so, Alter, Bruder, dann zahle ich keine Steuer mehr, dann ist alles hier in Kaiser-Merch investiert. Klamotten rübergeswiped, er gibt sogar an, er hat bei Einnahmen zwischen 6 und 10 Millionen Euro nur 400.000 Euro Steuern in Deutschland gezahlt zu haben. Das konnte er eben nur schaffen, weil er oft in andere Firmen investiert hat und dann immer alles, so wie ich schön sage, rübergeswiped hat. Und diese Strategie, ob das steuerrechtlich in Ordnung sein kann, das habe ich auch den Christian Gebert gefragt. Stay? Stay hat vor der Auswanderung auch ordentlich an den deutschen Staat gezahlt. Warum Stay? Hat der eine Firma? Und dazu hat er mir hier folgendes gesagt. Er sagt... Ach so, oder wegen Aktien wahrscheinlich. Kaiser-Merch, wann? Weil das ist auch, das kann auch als Privatperson, wenn du jetzt als YouTuber zum Beispiel auswanderst und du hast dein ganzes Geld irgendwie in Aktien oder in was ist nicht was alles angelegt, dann sind das auch Wertsachen, die, also auf die du dann Steuern zahlst. Wenn du wegziehst. Das ist schon. Die erhielt er für recht gefährlich. Also gucken wir da mal rein. Ausgaben hast, kannst du die wieder bei deiner Steuer abziehen. Aber wenn du natürlich in Dinge investierst, die langfristig zum Gebrauch im Unternehmen bestimmt sind, wie zum Beispiel ein Lambo oder eine Mercedes G-Klasse oder irgendwelche Gucci-Klamotten, dann kannst du diese nicht sofort von der Steuer abziehen, sondern musst die über viele Jahre abschreiben. Und besonders blöd bist du eigentlich, wenn du in eine Mercedes G-Klasse investierst, in einer Firma, wenn du die dann später verkaufen willst. Dann sollte man sowas lieber von Anfang an privat machen, wenn man das Ziel hat, so ein Auto wieder weiter zu verkaufen. Also letztendlich... Ja, also das sind also tatsächlich Tipps von Christian Gebert, die, ja, man hätten vorher besprochen werden müssen mit ApoRed. Man kann natürlich seine Steuern drücken durch Ausgaben, aber das müssen natürlich die richtigen Ausgaben sein. Und teure Autos oder teure Klamotten gehören da eher nicht dazu. Also ich bin sehr skeptisch, ob das zum Erfolg führen kann. Das ist auch ein... Wird nicht zum Erfolg führen. Einfach jetzt Ausgaben zu machen, eine neue Company aufmachen, weil wir haben jetzt nicht alle Angaben. Ich sag jetzt auch nicht die 20K ein und sag, ich hab jetzt nicht der Lüge überführt. Aber dass es, ja, ein bisschen kurz gegriffen ist, einfach zu sagen, ich mach eine andere Firma rauf, da drück ich das alles rein und deswegen hab ich keine Steuern mehr, hat ja letztlich auch nicht geklappt. Gucken wir mal weiter, was er... Ich weiß natürlich nicht, wie das funktioniert. Du drückst das alles da rein, angenommen, es wird funktionieren. Angenommen, du hast dann all das Geld, was ApoRed mit YouTube jemals verdient hat, lass es eine Million, lass es zwei Millionen Euro sein, stecken jetzt in einer Firma in Deutschland. Okay, wie kriegst du dieses Geld netto wieder raus? Weil wenn du die Firma verkaufst, dann zahlst du Steuer auf den Verkauf der Firma. Wenn du die Firma ins Ausland nimmst, dann zahlst du Wegzugsbesteuerung. Wenn du deinen Lebensmittelpunkt nicht verlegst, dann zahlst du immer noch die deutsche Steuer. Was kannst du machen? Er ist ein bisschen undurchsichtig, weil er hat ja viele Wohnorte, der ApoRed. Und auch diese ganzen Wohnorte sorgen ein bisschen für Verwirrung. Ich kriege dich jetzt auf. Ich zahle seit fünf Jahren keine Steuern mehr in Deutschland. Die haben Prüfungen hier gemacht, Prüfungen da gemacht, von irgendeinem Gewerbe hier, von irgendeinem Gewerbe da. Meine Einnahmen laufen alle auf entspannt, steuerfrei. Aber ich muss natürlich sagen, ich zahle natürlich Umsatzsteuern. Das heißt, wenn ich jetzt Klamotten verkaufe, 19% Umsatzsteuer, die zahle ich immer. Das ist eine klare Nummer. Aber Gewinnsteuer. Ich bin ehrlich, ich habe es nie eingesehen, 50% von meiner kreativen Arbeit, von meinem Gewinn abzugeben. Das macht einfach gar keinen Sinn. Also, wer das machen will, macht das. Aber ich war nie auf diesem Trip. Ich war nie auf diesem Film. Und man sieht auch heute... Sorry, Leute, aber der Trip ist gut. Auf dem Trip bin ich eigentlich auch nicht. Also, eigentlich sind ApoRed und ich auf einer Wellenlänge. Ich bin auch nicht auf dem Trip, dass ich gerne 50% meiner Einnahmen angebe. Auf dem Trip bin ich total nicht, Leute. Ein bisschen sympathisch ist er doch schon, oder? Also, das finde ich schon... Ich... Ich weiß nicht, ob ich das so sagen soll. Okay. Na, Christen wird auch Kohle-Chef, oder? Wir gucken, nächstes Statement, das will ich zusammenfassen. Und dann habe ich nochmal Christian Gewert was dazu gefragt. Gucken wir mal rein hier. Das ist auch der Grund, warum es seit ein paar Jahren auch nicht länger... Ja, sicher sind Steuern auch eine gute Sache. So ist es ja nicht. Aber es ist halt, wie gesagt... Also, wenn du wirklich so viel Cash verdienst... Ich weiß nicht, wie viel der Christian Solmecker verdient. Ich weiß nicht, wie viel ein ApoRed verdient. Angenommen, du bist ApoRed in seiner Prime und du verdienst jetzt wirklich 500.000 Euro. Imagine 250.000 Euro davon zahlen. Imagine, du gibst 250.000 Euro aus dafür... Also, nur unter Anführungszeichen, weil du sie in Deutschland verdient hast. Das ist crazy. Mehr als sechs... Das tut halt weh, ne? Weil ich mehr als sechs Monate in Deutschland chillen darf. Weil wenn ich mehr als sechs Monate in Deutschland chille, habe ich automatisch deutsche Steuerrechte. Ich lebe in Isti. Ich lebe jetzt auch aktuell in Dubi. Ich bin auch demnächst in Dubi. Wird da wahrscheinlich fünf, sechs Monate bleiben. Und wenn ich Bock habe, gehe ich mal nach Deutschland. Ob es jetzt Hamburg, Berlin oder Düsseldorf, was auch immer ist. Das heißt, ich lebe an drei Standorten. Praktischer, absoluter Move. Er geht einfach an drei verschiedene Standorte und sagt, ey, ich bin in Isi, Isti, Istanbul, Dubi oder Deutschi, Deutschland. Ja, und ist nur kurz immer in Deutschland, deswegen hier gar kein Problem mit Steuern. Total der schlaue Fuchs. Und deswegen keinerlei Steuern in Deutschland. Das ist ja ein geiler Move, habe ich mir gedacht. Aber wenn ich mich nicht täusche, Freunde der Sonne. Und ApoRed, sag mal, ApoRed ist von März bis August in Isti, von August bis Dezember in Dubi. Aber ist Januar, Jänner, Februar, ist die ersten zwei Monate im Jahr in Hamburg. Und er wirtschaftet dort sein Geld. Dann müsste er für die ersten zwei Monate auch in Deutschland eine Steuererklärung abgeben. Und müsste dort auch ganz normal Einkommenssteuer zahlen. Da habe ich dann Christian Gebert gefragt, sag mal, du bist hier von steuerberaten.de. Kann das so leicht klappen? Sollte ich jetzt auch einfach Auswandern nach Isti oder was auch immer. Sag mal was an, sag mal was Phase ist. Verbreiteter Irrglaube. Man denkt immer, wenn man nicht mehr als sechs Monate in Deutschland ist, ist man in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig. Aber das stimmt nicht. Sobald man in Deutschland einen Wohnsitz hat oder auch eine Wohnung. Das kann auch ein Kinderzimmer bei den Eltern sein oder bei Freunden. Sobald man ein Zimmer hat, was man festnutzen kann, ist man in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Und das führt dann auch dazu, dass man alle Einkünfte auf der ganzen Welt... Herr Christian sollte im ApoRed einfach mal seine Rechnung rüberschicken. Deswegen auch immer, wenn ihr auszieht, die Eltern mitnehmen. Eine kostenlose Steuerberatung. Sei es aus Dubai oder aus der Türkei, in Deutschland versteuern muss. Und gerade bei Dubai ist das so, da gibt es kein Doppelbesteuerungsabkommen. In Dubai gibt es keine Steuern. Da kannst du dich noch so sehr in Dubai aufhalten und dort deine Einnahmen erzielen. Solange du eben noch in Deutschland einen Wohnsitz hast oder eben eine Wohnung, müsst du diese Einnahmen auch in Deutschland versteuern. Und da bin ich echt gespannt, ob das tatsächlich so ist, dass hier überhaupt kein Wohnsitz mehr vorhanden war. Und immer in der Zeit, als er in Deutschland war, er spricht ja hier von bis zu sechs Monaten, er immer nur in völlig verschiedenen Hotels unterwegs war oder bei verschiedenen Bekannten geschlafen hat und gar keine eigene Bleibe hatte. Weil das wäre hier das Problem, was dazu führen würde, dass die Einnahmen doch komplett in Deutschland steuerpflichtig sind. Ja, da kann ich die Community mal fragen, wisst ihr, ob ApoRed hier irgendwas hatte, eine Bleibe, wo er dann in der Zeit gewohnt hat? Und Dubai scheint es ja dann auch nicht so zu bringen. Also ganz wackelige Nummer mit dem... Ich habe mir auch gedacht Sozialwohnung. Also es ist for real so, du zahlst halt... Schau, das ist halt... Die Überlegung ist, du zahlst nirgendwo Steuern, wo du halt einfach nicht lebst. Wenn ich jetzt in Frankreich, in Frankreich habe ich jetzt eine Wohnung und ich chill die meiste Zeit oder ich sag, ich chill die Hälfte des Jahres, chill ich hier in Österreich und dann fahre ich immer, keine Ahnung, über den Sommer fahre ich nach Frankreich rüber, weil es mir dazu super gefällt. Dann wird Frankreich sagen, Bruder, du bist hier die Hälfte der Zeit und du hast hier eine Wohnung. Das heißt, du bist auch bei uns angemeldet, du hast wahrscheinlich eine Aufenthaltserlaubnis oder du weißt nicht, was du in Frankreich brauchst, wahrscheinlich eh nix. Also halt als EU-Mitglied. Dann wollen wir auch Steuern von dir haben, weil warum denn auch nicht? Andersrum könntest du natürlich auch sagen, warum solltest du denn in Frankreich keine Steuern zahlen, aber in Deutschland, weil in Deutschland hast du ja auch eine Wohnung und da hältst du dich ja auch sechs Monate auf. Es ist faktisch genau das Gleiche. Drum ist halt immer das Ding mit dem Lebensmittelpunkt. Das wird halt in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich interpretiert. Dubai wird scheißegal sein. Dubai wird es komplett egal sein. In Dubai, weil es vorhin einer geschrieben hat, 5% Steuer, das ist glaube ich nur Mehrwertsteuer. Vielleicht liegt auch falsch, aber Einkommenssteuer und sowas gibt es da gar nicht. Das ist so wie wenn du in Monaco lebst oder sowas. Monaco nimmt dich direkt auf, das ist denen egal, weil natürlich ist es ihnen egal, weil du musst da sowieso nichts zahlen. Also es macht für die keinen Unterschied, ob du dort was zahlst oder nicht. Nur kurbelst du halt auch irgendwo die Wirtschaft an, wenn du dann dort eine Wohnung hast und für die mehrere tausend Euro im Monat ausgibst oder im Jahr vom Jahres und dort halt auch essen gehst und so weiter. Das ist ja auch förderlich für Dubai. Naja, ich war jetzt längere Zeit nicht in Deutschland, deswegen muss ich ja auch keine Steuern zahlen. Das wird nicht so easy werden zumal. Es ist ganz schön kompliziert, Freunde. Er hat wirklich mit seinen Videos nur Deutsche adressiert. Ich gehe davon aus, dass der Deutsche Fiskus sich da nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Aber ApoRed zeigt uns noch, welche Tricks er sonst noch so auf der Tasche hat. Ich meine ja, der sollte echt Steuerseminare anbieten, denn hier kann man noch so einen Trick gucken uns auch mal an, finde ich super. Also wirklich. Ist gut, ich habe sowieso nichts in Deutschland auf meinen Namen. Selbst die ganzen Klamotten, die sind nicht auf meinen Namen. Die ganzen Klamotten gehören theoretisch den Modelabels, okay? Gar nichts ist mehr auf meinen Namen, schon seit Jahren in Deutschland mehr. Selbst meine ganzen Firmenanteile habe ich fast alle weitergeleitet und umgeschrieben. Ich bin, was diesen Sachen angeht, immer ein kleiner, gewiefter Fuchs gewesen. Gott sei Dank. Ich habe meine Kümmern... Gott sei Dank war er schon immer der schlaue Fuchs. Und ja, da gucken wir uns jetzt gleich mal an, ob das denn so simpel möglich ist, dass man einfach alles auf andere verteilt. Das wäre ja schön. Schlaue Füchse ist übrigens ein gutes Stichwort. Schaut mal unten in der Caption. Wir suchen schlaue Füchse, nämlich rechts haben wir als Fachangestellte... Schlaue Fische. Aber wenn ich das dann auch für einen anderen überschreibe, dann muss ja der andere Steuern zahlen. Und dann wird ja der andere, der Steuern zahlt, nicht den gesamten Umsatz an ApoRate ausschütten, weil dann würde der ja einen Verlust machen, sondern dann wird er eben den Gewinn, den ApoRate gebracht hat, wird er ihm ausschütten. Und der Gewinn ist ja eh schon versteuert. Also es ist faktisch egal, ob du direkt Steuern zahlst oder ob das wer anderer für dich macht. In Köln oder remote auch von überall in Deutschland. Wir haben also auch Remote-Kräfte. Wenn ihr Rechtsanwaltsfachangestellter seid oder Rechtsanwaltsfachangestellte, bewerbt euch gerne Link. Ich weiß nicht, ob das legal ist oder nicht. Also wie gesagt, ich glaube ApoRate sowieso nicht, dass er mehrere Millionen hat und in so viele Unternehmen investiert ist. Mir geht es da rein um die Überlegung, und ob das überhaupt eine sinnhafte, in der Caption schlaue Füchse gesucht. Wir suchen nicht nur Rechtsanwaltsfachangestellte, sondern auch Bürokaufleute. Also da einfach mal in der Caption gucken, was wir gerade so suchen. Ja und den schlauen Fuchs ApoRate, den habe ich analysieren lassen netterweise von Christian Gebert von steuerberaten.de und er sagt hier folgendes zu dem Trick, einfach alles auf andere übertragen. Ist doch ganz easy. Der große Wendler-Trick. Mir gehört gar nichts, geht das so. Aber genau so muss eine Steuerberatung, also so eine Steuerkanzlei auch ausschauen. Weiße Wände und irgendwelche Pflanzen, sonst möchte ich dort nichts sehen. Einfach? Und ein Dud im Anzug. Also eine Firma auf eine andere Person umschreiben, kann immer eine gute Steuergestaltung sein. Das Problem ist aber, wenn man das so macht, wie es hier offensichtlich der Fall war, mit Treuhandvereinbarungen, das Wort habe ich zumindest im Video gehört, dann sagt das Finanzamt natürlich, okay, du bist ja immer noch der, der wirtschaftlich berechtigt an diesem Unternehmen ist und wirtschaftlich von dem Unternehmen profitiert. Für die Frage, wer die Steuern zahlt, bringt dir das also letztendlich gar nichts. Außerdem ist das Problem, dass es ja irgendeinen Strohmann geben muss, der für das Ganze jetzt den Kopf hingehalten hat. Und da ist auch echt das Riesenproblem, dass ein Insolvenzverwalter, der ja jetzt sicherlich auch eingeschalten ist, dann genau auch auf diesen Strohmann möglicherweise... Ich finde es ja so clever, dass ApoRed das auch alles so offenlegt, mit seinen Strohleuten und Treuhand und der hat das und der hat das. Also da glaube ich genau wie Christian Gewalt, das wird jetzt ein Insolvenzverwalter brennend interessieren, dieses Platz 1 auf YouTube-Video, was der ApoRed herausgebracht hat. ...gehen wird und da auch die Kohle haben wird. Für diejenigen, die jetzt also den Namen hergeben, damit der YouTuber da diese Firmen weiter betreiben kann, kann es also auch richtig brenzlig werden. Und das zweite Thema, in dem man zum Beispiel sagt, hey, meine ganzen Klamotten, mein ganzer Luxus-Lifestyle, der gehört meinem Unternehmen und dann kaufe ich das Ganze halt über mein Unternehmen und nutze es dann halt darüber privat. Ganz ehrlich, das wird in sich zusammenfallen, denn steuerrechtlich wird das Finanzamt hier immer eine private Nutzung unterstellen, sei es jetzt von den teuren Autos, aber auch von teuren Klamotten. Und diese private Nutzung führt letztendlich dazu, dass man den Steuervorteil, den man hatte, weil man die Sachen über die Firma gekauft hat, wird, dass der wieder wegfällt. Ja. Also mit anderen Worten. Das war, glaube ich, bei Prinz Markus auch so, dass der mehrere Luxusautos hatte und dann hat das Finanzamt aber gesagt, nee, wir glauben nicht, dass du die alle wirklich geschäftlich nutzt, dass die alle so wichtig für dein Geschäft sind. Wir unterstellen dir, dass du die privat nutzt. Das Ursprungsprank-Video mit den 3,6 Millionen Euro Schulden, das kann beim Finanzamt wohlgemerkt, das kann noch wahr werden, wenn ich das alles mir so reinziehe, was Christian Gebert mir hier mitgeteilt hat. Also insofern glaube ich, das war dann gar kein Witz, sondern das war einfach nur eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, wie man so schön sagt. Aber vielleicht noch ganz zum Abschluss, ApoRed sagt, worein er denn so alles investiert hat. Also falls ihr sozusagen rich werden wollt, macht es ihm einfach nach, investiert in das hier. Ein weiteres Geschäftsfeld, was ich eingesneakt habe, war irgendwie 2017, 18, glaube ich. Ich glaube 2017 habe ich in ein Shisha-Café investiert. Ich habe 40 Prozent, ich habe das mit aufgebaut, war auch Mordsarbeit auf jeden Fall. Und das war auch eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Das läuft bis heute noch Gott sei Dank super gut und wird auch wahrscheinlich weiter gut laufen. Also super Entscheidung, Shisha-Café. Da hat er natürlich in hochseriöse Dinge investiert. Wie Shisha-Cafés sucht man. Shisha-Café, Steuerrazzia, findet man sozusagen im Minutentakt die Razzien in den Shisha-Cafés. Ja, vor allem, das kann er auch schnell mal. Shisha-Cafés sind gerade mal so, so eine sichere Anlage, denke ich mir. In Österreich haben wir Probleme damit gehabt. Ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wann das war. Es ist keine Zeit. Ah, warte mal. Äh, Shisha-Österreich. Äh, Shisha, wie sagt man, Shisha-Café, ist ja egal. Ist das nicht verboten oder so? Ab 1. November 2019 ist das Rauchen von Wasserpfeifen in den Räumen der Gastronomie generell verboten. Die Raucher von Wasserpfeifen müssen ebenso wie Tabakraucher auf die Freiflächen oder vor das Lokal ausweichen. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, weil es gibt noch ein paar Läden, die das so anbieten, ne? Aber grundsätzlich ist halt die Überlegung gewesen, yo, die Angestellten, die du eben beauftragst, also quasi deine Kellner, dürfen, oder das ist eine gesundheitliche Gefährdung, wenn sie in einem Lokal arbeiten, wo sie tagtäglich mit diesem Shisha-Rauch oder generell mit dem Tabak-Smoke konfrontiert werden. Und deswegen ist das gar nicht mehr so easy bei uns. Also auf der Straße, also im Sommer jetzt irgendwie auf so einer Terrasse oder so, darfst du smoken, weil der ja auch, das ist halt draußen so, das ist halt direkte Belüftung. Aber, ja, ja. Ja, also das kann auch bei euch passieren. Das hört sich lächerlich an, vielleicht, aber es kann auch bei euch passieren. Es ist halt dann nur das Problem, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, wenn ich jetzt persönlich ein Lokal aufmachen würde und ich wäre der einzige Betreiber von dem Lokal, dann setze ich mich ja persönlich bewusst dieser Gefahr aus. Also ich nehme mir da keinen Angestellten, der keine andere Wahl hat und der keinen anderen Job hat oder sowas. Sondern ich sage, yo, das ist mein Kaffee. Für mich ist das komplett fein. Ob ich das dann darf oder ob ich es nicht darf. Ich will jetzt kein, nicht pauschal Shisha-Kaffees was unterstellen, aber in Zusammenhang mit dem schlauen Fuchs ApoRed, der dann sagt, ey Leute, das Invest meines Lebens ist ein Shisha-Kaffee, ja, ist man doch schon geneigt, dass ein oder andere Grinsen sich nicht verkneifen zu können. Also die Akte ApoRed und der Insie-Modus, die kann noch lange nicht geschlossen werden und ich werde die hier auch weiter verfolgen. Wenn ihr das auch wollt, dann lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da und ich kann euch jetzt schon eins sagen, denn bei diesem Video geht es ja jetzt erstmal nur um die Steuervorwürfe von ApoRed. Aber in den letzten Tagen, da ist ja noch ein ganz anderes Thema rund um den YouTuber ApoRed in YouTube Deutschland rund gegangen, nämlich Vorwürfe rund um sexuelle Belästigung und eine Entscheidung vom Landgericht Köln. Und wir wären nicht der Kanal WBS, wenn wir uns nicht diese Gerichtsentscheidung auch mal anschauen. Ach Christian, da war ich ein bisschen schneller, oder? Na, gutes Video. Gutes Video. Ist interessant. Ist interessant, sich mal so zu überlegen, okay, mach das, selbst wenn ApoRed die komplette Wahrheit sagen würde. Selbst wenn alles, was ApoRed in dem Video gesagt hätte, der Wahrheit entspricht, ist das überhaupt legal? Oder ist es das nicht? Das ist die Frage. Oh ja.